Es ist einfach dieser Moment, wenn da einer steht und dann... OH MEI GOTT! Scheiße! Hallöche meine lieben Youngsters und willkommen zu einem ganz besonderen Game. Und zwar habe ich mir ein ganz glitz kleines Projekt vorgenommen und zwar ist es das Five Nights at Freddy's. Das ist ein Horrorspiel und ich dachte mir, ich habe jetzt im Moment nach den Ferien nicht so Bock auf Minecraft-Zeugs. Und da dachte ich mir, fahr doch einfach mal ein bisschen im Horror-Modus weiter. Das heißt, ein bisschen Five Nights at Freddy's oder Outlast und so weiter. Und würde ich sagen, wir beginnen ein neues Spiel, meine Freunde. New Game. Freddy's Face, Pierce, Peter. Ah, da kann man mal schön lesen. Okay. Ähm, für... äh, ja. Die haben einen Inserat für einen Security-Job und so. Hashtag, ähm, nachts im Museum oder so. Naja. Ähm. So. Das Spiel habe ich schon mal gesehen und zwar bei... Red Wolf Gamer. Oh, wir sind schon drin. Ich kann mich gar... Also, jetzt. Okay. Ich dachte schon so... Äh, what the fuck. Ähm, Telefon. Kann man nicht annehmen. Naja. Oh, ich wollte dir ein Messer schreiben, für dich, dass du auf deinem ersten Nacht wirst. Ja. Ähm, erste Nacht. Hihi. Oh, nee. Ich halte doch ab. Danke. Guck. Ja. Hä? Habe ich da was gesehen? Cool. Ja, okay. Wir sind hier in Security, die man... Hier haben wir Licht. Hier können wir, äh, die uns schließen und so. Das können wir ebenfalls auch rechts. Hier haben wir Kameras. Hier können wir, ähm, hier können wir die Übersicht behalten. Weil diese Teddybären, die, äh, sind ein bisschen, äh, ja, nicht so die friendly Boys. Und, ähm, naja. Die wollen uns. Und das ist der alte Typ, der vor, äh, der vorhin angestellt war, bevor wir dann, äh, seinen, äh, Security Job hier übernehmen oder übernommen haben. Der erklärt uns halt das alles. So, ja. Und links sieht man auch ne, ähm, Leicenseanzeige. Oh, nee, das wollte ich jetzt gar nicht. So, hier, ne, Leistenseanzeige kann ich mit der Maus drauf, sonst, seht ihr? Okay. Und, äh, das geht runter, wenn wir das hier benutzen. Wegen Energie ist ein alter Schuppen und so. Also, es passiert eigentlich gar nicht so viel, man. Der Lampart. So, ja, das wird wahrscheinlich sehen, wie ein Metal-Indo-Skelton, ohne eine Kostüge. Jetzt, seit das gegen die Regeln hier bei Freddy Fazbear's, äh, sie werden wahrscheinlich versuchen, dich in einem Freddy Fazbear's-Skelton zu holen. Ähm, jetzt, das wäre nicht so schlimm, dass die Kostüte sich selbst verarbeitet werden, Ja, hast du mal gelabert, Alter. Hast du nicht gewusst, inso, ne? Kann das sein, dass hier rechts gleich einer kommt? Irgendwie hab ich so das Gefühl, dass, äh, hier rechts einer steht, aber, weil, man sieht ja auf den Kameras nicht so viel. Schammt. Okay. Der labert einfach die ganze Zeit, man. Das gibt's doch nicht. Das Spiel ist eigentlich recht geil. Das hat mich auch richtig angeturnt, das zu spielen. Hier oben rechts sieht man auch, äh, welcher Tag und, äh, wieviel Uhr. Und, ich erschreck sogar an mir selber. Hier ist einer? Okay. Ich check mal hier. Okay. Okay. Der ist immer noch da. Okay. Alter, da passiert eigentlich gar nix, Mensch. Hä, hier war doch ge... Achso. Das, äh, hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Klein wenig. Der steht da und chillt seinen Lifestyle. Das ist einfach dieser Moment, wenn da einer steht und dann... Oh mein Gott! Scheiße! Weil, will ich sagen, wenn da einer steht, dann, ne? Siehst du da und so, und... Alter, jetzt bin ich wach, Mensch. Einfach so, ich bin, keine Ahnung, was da stand, ich bin in deinem Kopf oder was. Ja, okay. Ja, okay. Die sind heute immer nicht so, ähm... Ja. Auf Angriff. Okay, da ist einer. Ah, jo, okay. Ähm... Diese Lampe, da irritiert mich manchmal. Okay. Ah, das sind immer diese... Nicht-Jump-Scares. Hä? Hä? Oh Gott! Nein! Heilige. Da steht auch einer. Alter! Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's... Seht ihr? Hier war... Hier steht einer, da war vorhin einer. Hier steht... Oh Gott! Oh Gott, der ist direkt vor der Cam! Sieht euch das mal... Hä? Meine Fresse, ne. Okay. Oh Gott! Der ist immer noch da. Oh Gott! Das sind anscheinend so Roboter, ähm... Dingens. Ach, du Scheiße. Vier Uhr morgens, wenn da noch kein Jump-Scare kommt, dann, äh... Ist das Spiel richtig lahm. So, kommt doch mal. Ist ja schon vier Uhr morgens. Alter, kam der grad näher? Was soll das? Ah, ich dachte grad... Ne, da ist nix. Ich dachte, ich hab da einen... Jemanden gehört. Oh ne, da rechts. Oder links. Ne, rechts. Der kommt rechts. Das weiß ich. Ja, seht ihr? Der, da ist er, da ist er. Der Pisser. Und ich wette, der lenkt jetzt ab, dass... Der links kommt... Doch nicht. Du kriegst mich nicht, mein Kleiner. Du kriegst mich nicht. Da noch diese... Musik, ne? Der steht genau da hinten im Raum. Oh, jo. Ja, haben wir... Hä? Jetzt haben wir drei... Hä? Kann das sein, dass wir jetzt erst drei Uhr morgens haben? Nicht viel... Hä? Doch, vier Uhr. Oh, Junge. Ich dachte jetzt schon. Oh, der kommt gefährlich nahe hier. Okay. Dum, 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 dum. Oh, ne. Oh, scheiße. Oh, fuck. Hallo. Kannst wieder weggehen. Danke fürs Kommen, fürs Besuchen. Ich bin noch da. Ja, mir geht's gut. Danke dir. Richtig nett von dem. Okay, der links kommt auch gleich. Der links kommt auch gleich. Das weiß ich. Der... Oh, der steht da. Der steht da. Pfuh. Oh, ne, 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 ne. What? Alter. Ach, der ist wieder da. Okay. Du, bist weg? Ja. Klingt gleich checken. Oh, ne, der ist doch wieder da. Alter. Hä? Ah, seht ihn euch an. Hallo. Oh, Gott. Wir haben es geschafft, meine Freunde. Oh, Gott. Das war die erste Nacht. Oh. Yeah, danke. Was war das denn? Second Night. Naja, würde ich sagen, die Second Night sehen wir dann aber auch wirklich in der Second Night. Ähm, würde ich sagen, bewahrt... äh, bewertet den Part positiv. Wir sehen uns das nächste Mal, meine Freunde. Äh, lasst einen Kommentar da, lasst eine positive Bewertung da, lasst einen konstruktiven Kommentar da oder konstruktiven Bewertung, weiß auch wie immer. Und, na, wo würde ich da... äh, könnt ihr da lassen für nichts mehr, um nichts mehr zu verpassen, würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Haut rein, meine Freunde. Äh, ciao, bitte.